Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge auf unserer neuen schicken Insel. Wieder mit dabei die Xyra und der Norden Tag. So, neue Insel, neues Glück, lasst uns schaffen. Jawohl. Oder Schiffen, ja. Ich geh mal da. Passender. Ich muss erstmal was jagen hier. Ja, ich will gerade mal da drüben nach. Ich muss mir erstmal einen Wegpunkt setzen hier. Der Beschaffenheit gucken. Ui. Beschaffenheit. Ein Ei. Ein Ei. Der Ei ist gut. So. Höhle, nicht, höhle, nicht, höhle. Homeland ist markiert. Ähm... Ja. Ich hack nochmal ein bisschen Holz, damit wir einen gemütlichen Untergrund haben, würde ich sagen. Ja. Ja. Und was treibt ihr? Ich gucke mich gerade nochmal ein bisschen um. Geht mir auch so. Ich werde allerdings noch sehen, dass ich ein bisschen Fleisch hier gebaggert kriege. Alter. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja. 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 Damit wir da ein bisschen Vorrat haben. Ja. Ich geh mal hier rechts rum. Mal gucken. Bedeutet aber auch, dass ich da erst mal ein bisschen Holz schlagen muss für einen Zaun. Oh, das ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das fang ich auch schon so an. Ich hab's mir diesmal extra verknüpfen. Ja, eben. Oh, das ist eine Höhle. Höhle! Oh, scheiße. Reingefallen. Aha. Aber es macht ja nix. Ich will die gleich mal markieren. Die Achse kaputt. Ob ich denn das auf die Taste... Ach je. Ist nicht kaputt. Jetzt ist sie kaputt. Geh weg, du Schaf. Bum 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 bum. Bum 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 bum. So. Ich muss mich hier hochbauen, denn ich hasse fliegende Bäume. Mhm. Ja, die sind wirklich ein bisschen nervig. Das stimmt. Mhm. Das ist so hoch, wie ich mich hier schon gebaut hab, ist mir das allerdings auch gleich fast egal. Die Höhle sieht fast genauso aus wie die, äh, aus meinem ersten Spiel. Also, wo ich mit Bauch angefangen hab. Fast genauso. Aha. Sag mal. Ami hart. Da ist natürlich wieder nichts drin, oder was? Kusch. Wo war denn jetzt? Weiß ich nicht. Da. Ich hab ihn. Oh, gut. Ich seh nix. Das ist schade. Bin ich jetzt hier rausgekommen? Äh, reingekommen? Hm. Gehen wir mal hier lang. So. Oh, ich bin gleich oben. Ich hab auch keine Viecher hier noch. Also, hier ist schon mal ein Hühnchen. Ich weiß aber nicht, ob ich das töten sollte. Was denn? Axt kaputt. Ich will nochmal schnell eine Workbench bauen. Schafe über Schafe. So. Oh, hier ist ein Lava. Lava? Lava. Das sieht doch interessant aus hier. Noch ein Hühnchen. Hühnchen bleibt stehen. Hühnchen guckt. Hühnchen sieht bescheuert aus. Lass das arme Hühnchen. Also noch mehr Hühnchen. Also Hühnchen hab ich schon mal. Ja, Hühnchen ist auch nicht schlecht. Also, ich hab zwei oder drei Kühe nur gesehen. Lass am besten mal am Leben. Weil wir, glaub ich, sonst nachher ganz schlecht an Kühe kommen. Joa. Joa. Ich glaub ich fang denn, anstatt den Boden fang ich gleich einmal kurz an, einen Gatter zu bauen und versuch ich die Hühnchen mal ranzulocken, ne? Äh, ja, mach das mal. Hey, ist aber nix, du. Ich lauf hier rum. So trostlos. Ja, ich seh hier nix. Nur Schafe. Mein Höchstens. So, ich komm jetzt zurück und dann baue ich nämlich ein großes oder ein größeres Gatter schon mal für bei drei Kühe, die ich gesehen hab, dass ich die gleich holen kann, wenn das Weizen fertig ist. Da ist ein Hühnchen. Zwei Hühnchen. Muss ich erst mal überlegen, wie das alles ging hier. So, und so. Und so. Und so. Also, wo ich jetzt bin, hier sind ein paar mehr Hühnchen. Also, vielleicht spawnen hier ein bisschen öfter. Ja, töte. Ja, ich werde erst mal einen Ölpunkt setzen hier. Bis auf ein paar. Äh, respawnen die nicht, oder was? Äh, doch. Ich weiß aber nicht, in welchem Intervall. Achso. Äh, Hühnchen. Ey, geh weg, du blödes Schaf, du. Oh, ich baue jetzt hier einfach hier links an die Seite so ein kleines Gatter, wo denn... Äh, ja. Ich baue hier... Irgendwo hier so. Mal gucken, irgendwo auf dieser Höhe. Ich baue das jetzt direkt in das Haus für die Kühe. Oh, das ist aber einiges. Der Baum hier muss weg. Wie bitte? Ich sag, hier sind aber einige Hühners. Naja, es ist einiges, aber wesentlich mehr. Ja, sicherlich so, aber... Ja. Ja, doch ein paar, auf jeden Fall. Naja, gut, dann kannst du auf jeden Fall ein paar schlachten. Schaufel habe ich auch nicht. Verdammt. Ähm. Oh, soweit. Sag mal, hört das mal auf zu regnen? Nope. Ja, das ist ziemlich deprimierend. Das macht mich traurig. Ja, mich auch. Ja. So. Was macht das Weizen? Das braucht noch sehr lange, glaube ich. Was machst du denn da? Ich setze mir hier tausend Wegpunkte. Hier ist nämlich noch eine nette Höhle. Die will ich mir nochmal später angucken. Komme ich jetzt hier noch hoch? Ne. Scheiße. So, Hühnchen, dein Arsch gehört mir. Oha. Okay. Okay. Ja. So viel lieb. Dein, ja, Necrophilie und Tirophilie und Tirophilie und Tirophilie. Tirophilie. Wetter. Da nix. Hier sind einige Hühners. Also hier kann man sich mal etliche Hühners mal mit auf die Farbe nehmen. Ich hab noch gar keine Schaufel. Also es ist schon wieder dunkel. Mein Gott, ich muss da raus. Was bist du denn für eine nette Höhle? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, als wenn bei Regen die Blätter von den Bäumen nicht weggehen. Das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Ich wollte es nur anmerken. Ja. Was bist du denn bitte für ein Stein? Hä? Ja. Oh, der Regen hat aufgehört. Meine Sonne geht auf. Ich hab definitiv zu wenig Zaun. Ich hab noch. Treff rüber hier. Ähm. Achso. So. Ich war eben im falschen Spiel. Warte. Bei welchem? Das verrate ich nicht. Wie konntest du nur, wie konntest du uns nur so verraten? Tut mir leid. Das ist definitiv nicht das Schlauste, Scharf. Das stellt sich schon in das Gatter rein. Pss. Da findest du schon schlau. Ja, findest du? Na klar. Vielleicht sitzt du zu Hause. Du weißt Bescheid. Hm. Wat? Wer hat mich denn hier... Wat? Was schießt denn hier auf mich? Also hier die eine Ebene abtragen? Das habt ihr mir irgendwie schmachhafter gemacht, als es tatsächlich ist. Es wird schon wieder Nachtnordisch. Du solltest dich langsam auf den Rückweg machen. Bin ich schon. Ich will gerade mal auf Hunger. Ich wundere mich schon, wo mich verreckt. Bäh mich nicht an. So. Das Hundi. Lehm brauche ich für die noch. Für den schönen Swinger, den ich den bauen will. Oh, ich werde gleich drauf gehen. Scheiße. So schnell geht man nicht drauf. Ich habe nur noch ein Herz. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Komm, gut, 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 gut. Komm, gut, 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 gut. Ja, du hast ja deinen Wegpunkt. Er hat doch auf seinem Bett stehen, oder nicht? Mein Hund versinkt im Boden. Was war das denn? Das war ein Creeper. Ja, genau. Mein schöner Zaun hier. Ja, entschuldige mal. Du schaust aus mit N. Ich werde hier auch noch boykottiert. Ich glaube, wir sollten reingehen. Ja. Reiner! Lass mich durch, lass mich durch. So, Penn. Ruhe. Nacht. Gut, weiter. Wir sind schon wieder wach. Ach so. Lass mich raus. Zaun, Zaun, Zaun. Ich brauche Zaun, um das da wieder aufzubauen. Äh, ja. Ich mit meinen tausend Wegpunkten. Und vor allem, ich bin dann hier auch so, ich beschreibe das noch. Ich habe da Wegpunkte mit aufsatzgleichen Titeln. Habe ich dir hier hingeschmissen? Mit aufsatzgleichen Titeln? Ja. Das ist natürlich auch sehr, ähm... Geil. Ja. Oder so ähnlich. Bei dem einen steht nur geile Höhle, bei dem anderen steht noch eine geile Höhle. Hühners. Ja. Also irgendwie ist dieses Huhn nicht das Schlauste. Hier ist das Futter. Komm. Genau. Ui. Äh. Äh, Zaun. So. Ähm. Oh, noch ein Creeper, vorsichtig. Wo denn, wo denn, wo denn? Äh. Ich habe irgendwas im Rücken. Ich habe was im Rücken. Geh weg. Oh, Alter. Die explodieren aber schnell hier. Was ist im Rücken? Nein. Ja, das ist in meinem, Alter. So. Da war auch. Mal gucken, wie weit hier mein... Pass auf hinter dir. Oh, jetzt ist er auf mich. Warum ziehe ich denn die Drecksviecher so magisch an, sag mal. Kein gutes Huhn. Äh, mach ich das... Ja, mach ich richtig. So, jetzt erstmal irgendwie eine schöne Ebene mal schaffen. Ach, geh weg, Schaf. Oh. Höldes Dreckshuhn, du. Oh, das macht mich fertig. Das Hum verarscht mich. So. Jetzt würde ich mir Gedanken machen, warum es das kann. Weil es es einfach kann. So. So, komm, 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 komm. Jetzt bleibst du hier. So. Ich brauche eine Höhle. Wer ist jetzt der Dumme, hä? Wer ist jetzt der Dumme? Ist richtig. So, dann gucken wir, ob ich überhaupt noch alles hab. Mhm. Das war noch eine. Brauchen wir Ton? Ja. Ton, ja, brauchen wir. Das ist gut. Äh, Erde. Und das. Das. Das waren noch so viele Hühner gewesen. Das. Ach, Weizenkörner. Mit diesen Weizenkörnern konnte man denn, äh, diese Hühnchen, ähm, anlocken, ne? Locken. Genau. Ja. Braucht man viele davon wahrscheinlich? Nö. Also zum Locken reicht ein einziges. Ja. Du musst es ja nur vor die Nase halten. Ach so. Und das muss ich aber die ganze Zeit in der Hand halten, um die hin zu locken? Oder wie läuft das? Genau. Wenn du es aus der Hand nimmst, dann gehen sie weg. Aha. Ich hab doch hier irgendwo. Oh, 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 oh. Da hab ich ja schon Glück und ich krieg da zwei Hühner raus aus den Eiern, die wir bisher haben. Na gut, drei Eier, das könnte eng werden. Bert, hast du noch Eier? Ist das eine Fangfrage? Nein. Ach so, aber guck mal, ein Hühnchen. Schade. Ihr seid ekelhaft. So. Äh, jetzt hab ich zumindest ein. Oh, Schwein. Ja, dann lass doch mal platzen. Vielleicht haben wir denn hier schon eine zweite Huhn, um die zu vermehren. Selber. Oh, hier ist auch noch ein Schwein. Na, guck. Eine Sau. Sind hier mehrere. Mehrere. Soi. So, komm. Boah, bleib doch nicht stehen. Die hat ein bisschen Kohle. Krag mich nicht an. Ah, okay. Ja, richtig. Komm. So. Bleib doch stehen, du blödes Huhn. Komm. Kommst du klar? Ja, wunderbar. Leckt. Scheiße. Oh, jetzt lass doch das Ei da doch nicht liegen, Mensch. So, komm. Reiß das mal zusammen. Halt die Eier noch bei dir. Los, komm, 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 komm. Noch ein Schwein. Ja. So. Das hat geklappt. Zwei Hühner haben wir. Schön. Und ich hab hier schon mal Eisen gefunden in der Höhle. Ein Küken. Sehr schön. Voll geil. Irgendwann. Ich bin ein Farmer, bin geboren auf dem Land und merke Kühe. Ach, mein Gott. Wurden schon Leute für weniger umgebracht. Jetzt wissen wir wenigstens, auf welchem Niveau wir sind. Du, ja. Und? Ich wollte gerade sagen, ich schließe mich da eigentlich aus. Ja, ist ja auch besser so. Ach so ist das. Jetzt fallen mir alle in den Rücken hier. Hallo. Das war mir klar. Oh Gott, sind hier viele Schafe. Vielleicht lässt sich hieraus ja eine schöne Miene machen. Weil es geht nach oben weiter, es geht nach unten weiter. Es ist ja schon mal recht vielversprechend. Oh, da könnte man eigentlich wunderbar so einen großen Leuchtturm bauen. Leuchtturm? Du sitzt hier mit einem Leuchtturm. Fallen hier Schiffe oder was? Falls wir mal gerettet werden. Ja. Eine richtig coole Höhle habe ich gefunden. Nicht da runterfallen. Oh, bin ich denn jetzt fest? Nee. Aber. Leckt. Mann. Da muss ich mir erst mal den Eingang ein bisschen ausbauen. So tief. Aber da unten ist Kohle. So, und ein bisschen Licht hier mal reinlassen. Da lass ich lieber. Ja, da lass ich lieber. Guck, also eine schöne Höhle habe ich schon mal, während ihr denn da vorne Terraforming betreibt. Ja, wieso ihr? Ihr habt mir das als super flach angepriesen. Äh, ist es doch. Quasi. Irgendwie. Aha. Ach, du kannst auch immer nur fordern. Nein. Aber wenn ihr nichts weitersuchen wollt. Ich versuche gerade ein Hühnchen mit einem Spaten zu erschlagen. Und versagst. Nein, ich habe es gerade erlegt. Ja, doch. Es macht sich doch so gerade so ein bisschen stolz in mir breit. Warum denn das? Wieso? Weil du es geschafft hast. Achso. Mhm. Voll geil. So, äh. Einfach irre. Ach, Quatsch. Ah, da. Was mache ich denn hier? Achso, ist er doch da. Ich sehe, wir werden nichts haben. Wir werden nichts haben. Ja, wir werden nichts. Nein, natürlich nicht. So. Muss ich später erforschen. Ich bin hier auch gerade am erforschen. Ja, ich habe nur noch keine Kohle. Sonst hätte ich mir mal schön mal ein bisschen. Nee. Aber ist ja nicht. Nee, wir brauchen ja ein bisschen Licht hier. Sonst kann ich ja. Sehe ich ja in der Höhle hier nichts. Was du machen kannst, ist ein bisschen Holz abfarben. Und das denn brennen. Dann kannst du daraus auch Kohle machen. Brennen? Wie brennen? Unten tust du Holz rein. Oben tust du auch Baumstämme rein. Achso, in den Ofen nochmal. Okay. Ich komme erstmal zurück. Ich habe ja noch ein bisschen Wasser und Futter dabei. Das ist ja auch nicht so überwiegend viel, aber... Ich habe doch gerade noch da Kohle gesammelt, wollte ich gerade sagen. Auch nochmal schön ausleuchten. Sehr schön. Ja, ihr Lieben. Zweite Folge zu Ende. Das rennt ja auch immer, du. Ja. Der Wahnsinn, ne? Ist ja der Meer. Aber wir haben ein Häuschen. So langsam baut sich so... Ich weiß nicht, ob man das schon Infrastruktur nennen kann, aber... Ich glaube nicht. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, ja. Aber wir haben schon mal was. Ein bisschen was. Die Sonne geht unter, die Folge ist zu Ende. Ich habe so ein schönes Bild hier, wo du schönes Bild... Herrlich, ne? Ich bin hier wie Sonnen... Ach, jetzt bin ich wieder im Arsch des Planeten hier, echt. Ich bin hier unter der Erde. Gut, ihr Lieben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt was in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch. Vielleicht habt ihr Tipps. Die können wir immer brauchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Minecraft. Tschüss. Tschüss. Tschüss.